ja und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge beziehungsweise zu einer neuen staffel workers and resources soviet republic wir sind zurück und wie bereits gesagt neue staffel das folgende gründe ich habe das spiel angefangen blind also ohne zu wissen wohin es geht und habe im nachhinein gemerkt als wir dann unsere welt so ein bisschen angeguckt habe dass das ganze recht schwierig ist fortzuführen da ich viele management probleme gemacht habe ich habe eine stadt recht schlecht ausgesucht und eigentlich habe ich auch eher den wunsch mir selbst eine stadt aufzubauen dem werden wir jetzt nachgehen wir werden in diesem projekt uns eine eigene stadt aufbauen welche wir von vornherein umbenennen und zwar nach ich habe jetzt gar keinen genauen namen umgedacht wir nennen sie mal st petersburg nee das passt nicht so gut wir nehmen mal lieber lenien grad wir sind ja schließlich in der sowjetunion und zwar habe ich mir überlegt wir bauen unsere stadt einfach selber und alles drumherum ich habe mir da auch gleich mal ein gebiet ausgesucht was recht ressourcenreich ist wir haben hier direkt in der nähe zweimal kohle wir haben eisen in der nähe öl uran haben wir jetzt nicht wirklich in der nähe aber das brauchen wir auch nicht unbedingt das heißt wir können hier gut anfangen zu arbeiten ich werde an der stelle einfach mal anfangen hier ein bisschen plattenbau zu betreiben ich freue mich natürlich sehr dass ihr da seid ist ja klar bleibt am besten ein wenig lauscht der stimme und sieht zu wie hier das sozialistische utopia hochgezogen wird ein paar let's place mal mit der zeit jetzt angesehen und hat gemerkt dass der stadtbau der manuelle stadtbau doch ganz geil ist an sich deswegen dachte ich mir wir machen das einfach mal so dass wir hier einfach mal so richtig durch starten und die alte staffel sage ich mal beenden also ich werde jetzt nicht neues großes video und neue playlist raus war das wird einfach direkt angeschlossen an die nächsten folgen aber ich wollte halt selber bauen komplett gleich hätte mir auf der vorhandenen welt auch noch eine neue stadt hochziehen können dann hätte ich aber eine alte stadt abreißen müssen ich hatte da schon geguckt nach einem gebiet das war aber alles nicht so wirklich das wahre weswegen ich dann gesagt habe kommen fangen wir einmal komplett neu von vorne an machen es einmal anständig so ich werde hier drinnen einen kleinen park mal bauen große fontäne hier dass die leute was zu gucken haben daneben dann den lenin dass die leute nicht vergessen wer hier den das leben ermöglicht so jetzt sehen wir hier hier wohnen jetzt ordentlich leute ist ja klar ich will jetzt mal gucken dass wir hier eine stromversorgung an mann kriegen das machen wir indem wir wo haben wir denn genau kohle hier wir haben direkt hier vorne kohle ja das passt ja eigentlich ganz gut wenn wir dann hingehen und hier quasi nicht das kohlekraftwerk bauen stopp ich sollte vielleicht auch mal ein gramm nachdenken sondern die kohle mine hin bauen so dann bauen wir da die kohle mine hin dann machen wir das jetzt alles nämlich direkt richtig mit dem wissen vom letzten projekt dann kommt hier das kohlekraftwerk dementsprechend hin so oh nein ich will nicht noch eins bauen stopp nein so ähm kann man schon dick an zu failen hier super so da eine straße die dann daran anschließt dass wir hier alles schön mit straßen verbunden haben so dann haben wir schon mal strom in arbeit sehr gut dann können wir gucken dass wir schon mal uns stichwort arbeit um arbeit kümmern indem wir ein paar oder beziehungsweise ein landwirtschaftsbetrieb hier bauen in der nähe den baue ich jetzt mal nicht mitten in die stadt wo baue ich die stadt in welche richtung aus in die richtung würde ich eigentlich ganz gerne ausbauen also nach unten also können wir ohne probleme hier hinten irgendwo die landwirtschaft hochziehen und wie gesagt ich habe mir hier ein bisschen plan gemacht ich habe die map auch schon wie gesagt einmal begutachtet mir das einmal alles angesehen und bin zu dem entschluss gekommen dass ich plan habe so seht zu dass wir hier schon mal arbeit haben und gegebenenfalls auch einkommen ich werde jetzt erstmal umstellen dass wir mit dollar bauen denn dollar werde ich hier nicht benutzen zumindest zeitnah nicht da können wir uns die rubel dann lieber sparen so die straße dürfte jetzt eigentlich fertig sein genau dann bauen wir hier auch gleich die farm hin dementsprechend auch dann die felder so so machen wir hier noch mal eine straße lang die dann hier lang führt dass wir hier noch mal ein paar felder hochziehen dass wir hier auch ordentlich arbeiten können so so machen wir hier noch eins dass wir gleich dick abcashen können zack so die felder dürften jetzt noch nicht zugeteilt sein deswegen übernehme ich das jetzt mal eben schnell so dann kaufen wir mit fahrzeugen mal rubel äh mit rubel mal fahrzeuge nicht andersrum für die aussaat natürlich wieder die guten mtzs die kennen wir ja schon für die ernte die fortschritts und wieder die b100 abgedeckt wunderbar jetzt müssen halt natürlich nur arbeiter hinkommen oder haben wir schon arbeiter da guck mal das funktioniert sogar schon sehr gut frage mich zwar wie weil eigentlich dürfte keiner hingelaufen sein aber okay so hier haben wir keine arbeiter ne genau das heißt wir müssen jetzt hier uns nochmal um den busbahnhof kümmern dass wir hier einen bus fahren lassen denn ich will jetzt noch nicht direkt den individualverkehr aufbauen so dann bauen wir hier auch gleich die bus haltestelle hin so dann kommt hinten ins industriegebiet hier wird dann unser industriegebiet mit der zeit aufgebaut ein depot für straßenfahrzeuge und natürlich auch hier gegenüber ne bus haltestelle wunderbar das funktioniert schon mal alles ganz gut dann holen wir uns mal die guten tschechischen büsse ich hätte ganz gerne dass dann auch demnach die bus haltestellen nur von arbeitern benutzt werden so dann die linie einmal von da nach jetzt ist das hier alles finster und wir haben natürlich keinerlei Strom das heißt wir haben auch kein licht das heißt es ist stocken finster hier so der erste bus rollt los den zweiten hätten wir eigentlich noch nicht losschicken brauchen scheiße gehe jetzt zum depot hier da das macht keinen sinn wenn der jetzt hier schon losfährt dann holen wir auch die arbeiterschaft schon mal ran wenn der hier angekommen ist können wir den anderen losschicken so dann wird hier nämlich unsere neue plattenbausiedlung aufgebaut so die bauern sind schon fleißig auf den feldern das freut mich natürlich wir schleunigen die zeit auch mal ein bisschen denn ich will nicht wieder so ausfälle haben dass wir hier mit windkraftanlagen auf einmal keinen strom mehr haben jetzt können wir den hier losschicken so die wartenden arbeiter stehen da schon Schlange natürlich lange nicht alle mitgenommen das ist ja klar dann könnt ihr auch glatt sogar noch einen dritten bus fahren lassen das machen wir auch einfach mal die kosten uns ja nicht wirklich was ne du fährst dann auch bitte von da oben hier runter zack wunderbar dann dürfte hier auch langsam aber sicher die die kohle produktion laufen weil wir hier jetzt natürlich ein windrad brauchen werden damit hier überhaupt die kohle produktion startet noch mal zwei so zack jetzt dürften hier eigentlich die kohlen direkt da rein gehen eigentlich aber wie erwartet tut's das nicht weil ich wieder irgendeinen fehler gemacht habe der mir jetzt auf den ersten blick nicht auffällt verdammt wieso das mit den förderbällern passt aber hier ach verdammt ich muss die kohle ja noch in eine kohle teuer ich muss die kohle ja noch in eine kohle veredelung sag ich mal in die kohle verarbeitung schicken das habe ich an dem punkt natürlich total versäumt das ist mein fehler gewesen da kann ich noch so lange warten so die straße habe ich auch effizient verhauen moment ich meine wir haben natürlich jetzt den vorteil dass wir hier mit dollar arbeiten eine sache die ich auch gelernt habe so ach auf dieses windrad sei geschissen so jetzt haben wir hier nämlich die kohle verarbeitung und die fördert dann rein theoretisch direkt rein in das kohlekraftwerk genau so in etwa und das kohlekraftwerk verarbeitet das ganze dann zu strom und der strom geht dann natürlich rein in den guten scheiß in die stadt damit wir halt in der stadt saft haben wir sind ja nicht in der steinze wir sind ja schließlich in den 80ern in den 80ern sollte strom eigentlich selbstverständlich sein so wenn wir von hier dann eine straße nach dort bauen und die dann natürlich nicht da direkt anschließend können wir können aber so machen dann ist der laufweg ein kleines bisschen kürzer so jetzt ist natürlich auch gleich das kohlekraftwerk fertig das heißt wir dürften auch gleich eigentlich schon in der ersten folge diesmal saft in der stadt haben wir bauen gleich nochmal ein paar mehr wohnblöcke hier hin ja das ist natürlich alles sehr sehr trauriger plattenbau hier das ist ja klar wir spielen hier kein city skylines wir spielen hier fucking workers and resources deswegen kann man hier auch mal traurigen plattenbau betreiben ja das machen wir mal nicht so dann könnte man hier jetzt nämlich langsam anfangen schon an kultur zu denken zum beispiel ein kino für die leute zu bauen dass die leute hier ein bisschen kultur lernen und dann könnte man da hinten nämlich auch jetzt langsam schon mal anfangen hier in richtung industriegebiet eine nahrungsmittelfabrik zu bauen so zum beispiel so und die nahrungsmittelfabrik sollte dann im idealfall natürlich im idealfall ob das dann was wird ist was anderes das ganze gleich im lagerhaus reinbringen mal eben gucken containers nee container ist nicht richtig oder storages warenhaus wenn wir hier dann so ein schickes warenhaus hinbauen könnte man ja rein theoretisch das ganze schon mal zwischenlagern ihr merkt schon ich habe mir hier ordentlich sachen zu angeguckt deswegen halt auch definitiv der neustart der war auch notwendig aber dafür wird das hier jetzt richtig gut laufen da bin ich mir ziemlich sicher da brauchen wir hier natürlich noch eine busanbindung da machen wir auch feierabend für heute wir wollen es ja nicht wieder übertreiben machen wir hier auch noch eine buslinie dementsprechend zack dann lassen wir da auch einen bus fahren und dann läuft das ganze doch schon mal dann können wir auch langsam mit dem verkauf anfangen zwei büsse bitte die dann von hier unten hochfahren nach da oben let's go so du bitte das gleiche du fährst von da nach da sobald der da ist fährst du los ja gut dann hat das neue projekt soweit schon gestartet ich freue mich sehr dass das alles so gut funktioniert wenn ihr euch auch freut und ihr das gerne seht lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr nicht so passen wollt gerne auch ein Abo reindrücken ich freue mich nicht und unterstütze mich ungemein ich wünsche euch was lasst euch gut gehen auf wiedersehen tschüss 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 tschüss